Kafkas letzte Tage Donnerstag, 29. Mai 1924 Erinnerungen von Dora Diamant Es bleibt trocken, die Sonne kommt hervor, die Temperaturen erreichen sommerliche 23 Grad. Wie ich euch plage, das ist ganz verrückt. Hält Franz Kafka auf einem Gesprächsblatt für Dora Diamant und Robert Klopstock fest. Dora kümmert sich liebevoll und mit großer Hingabe um Kafka. Im März 1899 geboren, also 16 Jahre jünger als Kafka, ist sie in diesem Frühjahr 25 Jahre alt. Die aus dem in dieser Zeit zu Russland gehörenden Kongress Polen stammende junge Frau, die in Berlin ihr Leben als Kindergärtnerin und als Näherin selbst abgesichert hatte, war wegen Franz Kafkas Aufenthalt im Allgemeinen Krankenhaus und später im Sanatorium in Kierling erstmals in Wien. Deshalb ist es umso imponierender, mit welcher Energie und Unerschrockenheit sie sich um den todkranken Patienten kümmert. Sie engagiert Ärzte, organisiert Medizin, führt Korrespondenzen, kümmert sich um die Ausbezahlung von Kafkas Honoraren und trifft Entscheidungen. Aus ihrer gemeinsamen Zeit in Berlin im Winter 1923-24 erinnert sich Dora Diamant an eine besondere Begebenheit, die sich während eines Spaziergangs im Steglitzer Park ereignete. Deine Puppe macht nur gerade eine Reise. Ich weiß es. Sie hat mir einen Brief geschickt. Das kleine Mädchen ist etwas misstrauisch. Hast du ihn bei dir? Nein. Ich habe ihn zu Hause liegen lassen. Aber ich werde ihn dir morgen mitbringen. Das neugierig gewordene Mädchen hatte seinen Kummer schon halb vergessen. Und Franz kehrte sofort nach Hause zurück, um den Brief zu schreiben. Als Dora Diamant und Kafka gemeinsam in ihrer zweiten Berliner Wohnung in Zehlendorf leben, die immerhin zwei Zimmer hat, stellt sich ein routinierter Alltag zwischen den beiden ein. Das Schreiben Kafkas ist ein essentieller Bestandteil der gemeinsamen Zeit. Kafka musste schreiben, weil das Schreiben seine Lebensluft war. Er atmete sie im Rhythmus der Tage, an denen er schrieb. Wenn man von ihm sagt, dass er 14 Tage lang schrieb, so heißt das, dass er an 14 Abenden und Nächten hintereinander fortschrieb. Gewöhnlich wanderte er schwerfällig und unlustig umher, bevor er mit dem Schreiben begann. Er sprach dann wenig, aß ohne Appetit, nahm an nichts Anteil und war sehr niedergedrückt. Er wollte allein sein. Anfangs verstand ich diese Stimmungen nicht. Später hatte ich immer ein Gefühl dafür, wann er zu schreiben begann. Sonst brachte er auch für die unwesentlichsten Dinge das lebhafteste Interesse auf. Doch an solchen Tagen verschwand dies vollständig. Er hatte es später gern, wenn ich im Zimmer blieb, während er schrieb. Über den gemeinsamen Alltag in Berlin berichtete Dora weiter, Er machte sehr gern Besorgungen, denn er liebte die einfachen Leute. Mit seinem Einholekorb oder der Milchkanne in der Hand war er in unserer Gegend eine vertraute Erscheinung. Vormittags ging er oft allein spazieren. Sein Tag war genau eingeteilt, und zwar im Hinblick auf seine schriftstellerische Arbeit. In Berlin lebte das Paar zurückgezogen, hatte jedoch auch öfters Besuch. Dora Diamant empfand die Atmosphäre bei diesen Besuchen als angenehm und beinahe festlich. Bei Kafka fühlte sich niemand unbehaglich, im Gegenteil. Er zog jeden an, und man besuchte ihn mit einem gewissen feierlichen Gefühl, so als ob man vorsichtig auf den Zehenspitzen oder über weiche Teppiche ginge. Dass die Berliner Zeit für Kafka eine große Befreiung darstellte, kann Dora Diamant als Kafkas Lebensgefährtin bezeugen. Sich von Prag loszureißen, das war, obwohl es erst sehr spät geschah, die große Errungenschaft seines Lebens, ohne die er gleichsam kein Recht auf den Tod hatte. Auch in Berlin hatte sich Dora Diamant um den Kranken gekümmert. Während der Aufenthalte im allgemeinen Krankenhaus und in den Sanatorien wird ihr Beistand für Kafka unerlässlich. Gib mir einen Augenblick die Hand auf die Stirn, damit ich Mut bekomme. Ein Podcast der österreichischen Franz-Kafka-Gesellschaft Wie gesagt, dass der beit Unidosっsteig ist, Man osóbincomejść und reibere Silos Gate' Eind sei courte talaruf